Hallo Willkommen im Hobbybastel. Also hier ich will euch zeigen wie man eine Geschenkband eine Rose zu basteln. Ich schneide mal so. Das ist eine wunderschöne Geschenkband. Dann mache ich so aus und weiter. Dann knickt man nach unten und so weiter. Immer knickt wieder nach unten und dann so wieder richtig kleine Knick. Und wird so aus. Sehr schön. Und so weiter. Immer von vorne knicken wieder nach hinten. Wieder von vorne und weiter. So und weiter. Und davon mache ich einen Tourenkranz. Das habe ich auf Facebook alle mich gefragt wie man das Rose machen. Also einfach mit der Geschenkband. Beschiedene Farbe. Oder gelb. Rot oder blau. Egal. Und so aus. Und das ist so. Und so weiter. Wie lange wird die Rose größer oder noch kleiner oder noch weiter größer. Und so weiter. Du kannst nur weiter rein wickeln. Immer nach vorne knicken nach hinten. Wieder gucken hier. Und weiter. Und so weiter. Und am Ende kannst du mit der Klebepistole kleben. Und so weiter. Und dann schreie eine neue Kugel.